Ich habe die übernommen. Ja, was war er? Was war er? Wenn hier unter ehemaliger französischer Kolonisation heute auf der Bühne stand, stand in Ordnung, mit einem Krim. Hey, mademoiselle, ich sage sie, ich bin ein Reglement. Ich sage sie, die Tradition, ich bin ein Problem der Artikulation. Wie der Roi, der Ex-Präsident, sagt sie, ich gehe im Kopf. Nein, ich dachte, ich habe die Jules, ich habe die Jules, die ... François, eine Person der Presse. Aber so ist eigentlich ein Problem, aber eben das Kultein. Diese Nummer für die Schulpflichtung, habe ich schon Schul wieder. Die, die schulpflichtig sein, kriegen von mir am Tag schulfrein. Ja, das gibt nicht, weil das was, also wenn Sie es gemerkt haben, also, weil ich kann es ja in der Schule sagen, wir waren Band Luis und das, was wir Band Luis gelernt haben, lernen wir in der Schule in der ganzen Woche.